In diesem Teil des Videos wird kurz die Anwendungsoberfläche des elektronischen Laborjournails Chemotion ELN erläutert. Die Abkürzung ELN steht dabei für Electronic Laboratory Notebook. Nach dem Einloggen in das ELN erscheint die folgende Übersichtsseite. Das Vorgehen, um sich im ELN einzuloggen, wird in einem separaten Video erläutert. Alternativ kann auf der Webseite von Chemotion eine Anleitung für die Loginprozedur gefunden werden. Der Link zu dieser Webseite ist in der Videobeschreibung aufgelistet. Allgemeine Änderungsoptionen für das Profil und das elektronische Laborjournal werden bei Klicken auf den Benutzernamen angezeigt. Unter Account and Profile kann festgelegt werden, wie Reaktionen und Samples betitelt werden. Außerdem kann das Passwort geändert werden. Unter My Affiliation kann die Zugehörigkeit zu einer Universität eingestellt werden. Hierbei werden Informationen wie das Land, die Hochschule, Fachbereich und die Arbeitsgruppe eingetragen. Unter My Groups können Gruppen erstellt werden, mit denen ELN-Einträge oder Collections geteilt werden können. Diese Funktion bietet den Vorteil, dass in einem Projekt mit mehreren teilnehmenden Personen beim Teilen von Einträgen nicht jede Person einzeln ausgewählt werden muss und nicht aus Versehen einer Person vergessen wird. Zur groben Übersicht befindet sich auf der linken Seite der Reiter für gelistete Inhalte. Das ELN wird über Collections, das heißt Sammlung für verschiedene Inhalte strukturiert. Es gibt einige wenige Collections, die in jedem ELN vorhanden sind. Eine ist die Chemotion Collection, die den Übertrag von Informationen in das Repository von Chemotion ermöglicht. Eine andere ist die All Collection, die alle Einträge von jeder vorhandenen Collection im ELN zusammenfasst. Zusätzlich können eigene Collections erstellt werden durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol mit rotem Hintergrund. Unterordner können durch Klicken auf das Plus-Symbol angezeigt werden. Unterhalb der Collections werden die Schaltflächen zu geteilten Inhalten aufgelistet. Der Unterschied zwischen geteilten und synchronisierten Collections wird in einem separaten Video erklärt. Die oberste Leiste auf der Anwendungsseite beinhaltet die möglichen Aktionen, die innerhalb des ELNs verwendet werden können. Hierzu zählen ein Suchfeld, sowie Schaltflächen für Optionen zum Verschieben, Löschen oder Teilen von markierten Elementen. Außerdem gibt es eine weiße Schaltfläche für die Option zum Importieren und Exportieren von Daten, sowie eine grüne Schaltfläche zum Erstellen eines Reports. Über die blaue Schaltfläche können Elemente wie Chemikalien, Reaktionen oder ein Research Plan der aktiven Collection hinzugefügt werden. Mit der letzten Schaltfläche können Label von ausgewählten Elementen erstellt werden. Direkt unter der Aktionsleiste befindet sich die Listenebene und die Detailebene des ELNs. Außerdem befindet sich dort ein zweiter Reiter, der die erstellbaren Elemente wie Chemikalien und Reaktionsgleichungen getrennt auflistet. Rechts sind Einstellungen zum Anzeigen und Sortieren. In der Mitte werden die jeweiligen Inhalte und Elemente der Collections angezeigt. Wir längen über die